Hallo liebe Freunde des motivierten Sprechgesangs, ich nehme euch wieder mit hinter die Kulissen von Sketch History. Heute mit einigen interessanten Infos zum Kreativ-Workshop Rappen und Beatboxen für Ritter. Hallo, ich bin der König Arthus und ich möchte mein heutiges Anliegen mit der alten und leider schon fast vergessenen Kunstform der Minne-Dichtung vortragen. Ja, wieso kommt man als Ritter der Tafelrunde eigentlich zum Rappen? Ganz einfach, weil es im Drehbuch steht, als gerappte Kontaktanzeige von König Arthus. Ursprünglich als Solonummer für Max geplant, kam der dann aber relativ schnell auf den Gedanken, naja, da könnten mich doch die anderen Herren Ritter rhythmisch ganz gut unterstützen. Der schrieb dann eine WhatsApp-Nachricht in die Runde, also in die Tafelrunde, ob denn irgendjemand von uns Beatboxen könnte. Ich habe mich dann gleich gemeldet und habe gesagt, klar, mache ich. Ja, so schwer kann das jetzt auch nicht sein. In Budapest habe ich mir dann mal so einige YouTube-Tutorials zu dem Thema angeguckt. Die Schwierigkeit besteht darin, wenn du über einen längeren Zeitraum den Rhythmus halten willst, musst du irgendwann ja auch wieder Luft holen. Bei Gott! In der Theorie funktioniert das so, dass du bestimmte Geräusche beim Einatmen, andere beim Ausatmen produzierst und somit eigentlich kontinuierlich weiter Beatboxen kannst. Soweit die Theorie. In der Praxis gab es da an der ein oder anderen Stelle doch noch Optimierungspotenzial, was das folgende Video zeigt, dass während einer Probe im Hotel entstanden ist. Die Aufnahme ist jetzt übrigens schwarz-weiß, weil das ist ja dokumentarisch. Und die Handys waren ja damals noch schwarz-weiß. Ich bin hier in motherfucking Camelot, der obersteile Jeep, auch wenn Historiker schreien. Du bist fiktiv! Ich schass es um fünf Uhr morgens aufzustehen, meine Flipflops sind ne Qual. Ich liebe es zu fighten, ich werde aus Steinen ziehen und die Suche nach dem Graf. Wenn du Bock auf nen atligen Checker hast, Babe, dann melde dich bitte bei mir. Dann bist du der heiße Scheiße auf jedem Turnier. Bitch. Ach, wollt ihr euch nicht auch mal wieder so ein richtig schönes Abo gönnen? Das könnt ihr jetzt. Einfach hier auf Abonnieren klicken und sich rundum wohlfühlen. Ja, und natürlich könnt ihr auch noch liken, kommentieren und sämtliche Videos ansehen. Toll!